Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meiner Rezepte. Heute gibt es kein Rezept von mir, denn ich bin so fleißig und zeige euch mindestens zwei Rezepte in der Woche und hoffe natürlich, dass euch die Rezepte gefallen. Wenn ich mir die Kommentare ansehe und lese, seid ihr zufrieden. Ich möchte mich aber einmal hier bei euch entschuldigen, weil ich komme wirklich nicht dazu, alle Kommentare zu beantworten. Aber ihr könnt wirklich sicher sein, dass ich alles lese. Ich lese wirklich alles. Ich habe nur keine Zeit, alles zu beantworten. Wenn ich es schaffe, dann mache ich das ganz schnell nicht, dass einige denken, wieso hast du da geantwortet, hier bei mir nicht. Wie gesagt, sobald ich Zeit habe, versuche ich natürlich allen zu antworten, aber ich schaffe das leider nicht. Heute nehme ich das Video auf, weil unser Opferfest ist. Opferfest ist für uns ein großes Fest. Das ist so wie Weihnachten bei euch und deswegen wollte ich allen, die Opferfest feiern, alle meinen muslimischen Abonnenten, die Opferfest feiern, frohes Fest wünschen. Genießt die Tage einfach, feiert mit eurer Familie, soweit ihr könnt, weil wir wissen gar nicht, was passieren kann. Das kann sein, dass wir uns wieder nicht sehen können. Wie gesagt, genießt einfach die Tage, feiert schön. Euch wünsche ich schön Opferfest und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.